Hi Leute, ich bin 12986, ähm, schlechte Nachrichten. Sieht gerade so aus, äh, beziehungsweise, äh, viele von euch fragen sich bestimmt, äh, warum nicht, ich nehme gerade so wenig hoch und so, ähm. Falls ihr euch erinnern könnt, letzte Woche W.O.W. Add-On gestartet, alles cool, äh, ein bisschen viel Zeit reingehangen, äh, alles top, die Watte quillt. Nur, äh, jetzt ist ein schöner Fehler aufgetreten, beziehungsweise ich habe anscheinend das Problem, nämlich, dass entweder die Grafikkarte oder, ähm, mein Netzteil im Arsch ist. Tja, da sitze ich jetzt mittlerweile seit anderthalb Tagen circa gefühlt dran, äh, das irgendwie rauszufinden und zu fixen und zu tun und zu machen. Mittlerweile ist es so, dass ich sagen muss, äh, geht nicht. Nein, funktioniert nicht. Ähm, tja. Heute ist Tag der Deutschen Einheit, das heißt, heute kann ich mir eh kein neues Netzteil holen, um zumindest das mal auszutesten. Äh, geschweige denn eine neue Grafikkarte wird diesen Monat, äh, ja, der Monat hat eben gerade erst angefangen, das heißt, äh, frühestens Mitte des Monats. Was so viel bedeutet wie, äh, wahrscheinlich etwas längere Zeit keine Videos, außer, äh, irgendjemand von euch, der im Raum Dortmund wohnt, hat vielleicht eine kleine Grafikkarte oder ein kleines Netzteil irgendwie rumfliegen, was er mir dann mal leihen könnte, damit ich zumindest rausfinden kann, was genau der Fehler ist, denn ich hab kein Netzteil mehr rumfliegen und keine Grafikkarte. Unglaublich aber wahr, ich sammle so ein Zeug eigentlich, lass es eigentlich rumfliegen, aber falls ihr euch daran erinnern könnt, für Ewigkeiten hab ich mal meine Grafikkarten verschenkt. Ja, sollte man vielleicht doch eine aufbewahren und, ja, Netzteile, naja, gut. Vielleicht meldet sich jemand von euch, wenn nicht, dann, äh, wie gesagt, könnte ein bisschen dauern mit neuen Videos, das Einzige, was jetzt aufnehmen kann, ist das eben gerade hier. Und, äh, ja, was soll ich machen? Ich bin, äh, ja, gerade müde, deswegen merkt man mir mal angepisst sein wahrscheinlich, ja und Jan. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht oder wann auch immer ihr das Video seht und, äh, bis dann.